Halsschmerzen sind keine eigenständige Krankheit, sondern meist die Vorboten von anderen Erkrankungen. Dabei werden Halsschmerzen meist von Viren ausgelöst und präsentieren sich gerne in Verbindung mit Schnupfen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit. Auch ein Kratzen im Hals und ein später verschleimter Husten sind Symptome von Halsschmerzen. Aber nicht nur klassische Erkältungen können hinter Halsschmerzen stecken, auch Allergien, eine Mandelentzündung oder Seitenstrangangina können Auslöser für die Schmerzen im Halsrachenraum sein. Betroffene gehen deshalb meist gerne in die Apotheke und holen sich Mittel gegen Halsschmerzen, wie Gurgelösungen oder Lutschtabletten. Dabei muss es nicht immer eine chemische Lösung sein, denn es gibt auch wirksame Hausmittel gegen Halsschmerzen, die deinen Geldbeutel schonen und dir den Gang in die Apotheke sparen. Welche das sind, zeige ich dir nun. Diese Hausmittel helfen gegen Halsschmerzen. Hausmittel Nummer 1, Honig mit heißer Milch oder Tee. Honig wird dank seiner heilenden und antibakteriellen Wirkung bereits seit der Antike als Halsschmerzen verwendet. Kombiniert mit einem warmen Getränk wie Milch oder Tee kämpft er damit auch gegen deine Halsschmerzen und deinen Husten an. Aber Achtung, Milch enthält Inhaltsstoffe, die die Schleimproduktion verstärken, wodurch Milch bei einem trockenen Hals für mehr Feuchtigkeit sorgt, aber Husten mit Auswurf verschlimmern könnte. Daher beim zweitgenannten eher zu Tee greifen. Zur Herstellung einfach entweder Tee und Milch erhitzen und nach dem Abkühlen zwei Esslöffel auf 250 ml Flüssigkeit geben. Hausmittel Nummer 2, Salbei oder Kamillentee. Wärme erhöht die Blutzirkulation, wodurch Krankheitserreger leichter abgebaut werden können. Deshalb empfiehlt es sich, warme Getränke zu trinken und langsam zu schlucken. Um diesen Effekt noch zu verstärken, solltest du zu Teesorten mit heilender Wirkung wie Salbei oder Kamille greifen. Salbei wirkt entzündungshemmend und unterstützt das Abschwellen eines entzündeten Bereichs. Während Kamille antibakteriell und krampflösend wirkt, auch das Inhalieren wird empfohlen. Alternativ zu Salbei und Kamille kannst du auch spitzwegerig verwenden, welches deine Schleimhaut bei Halsschmerzen beruhigt. Hausmittel Nummer 3, Ingwer. Auch Ingwer gilt als Wundermittel gegen Halsschmerzen, denn die Knolle wärmt von innen, während das enthaltene Gingaöl gegen Entzündungen im Hals ankämpft. Um eine Tasse herzustellen, einfach die Knolle in dünne Scheiben schneiden und in die Tasse legen. Anschließend mit kochendem Wasser aufgießen und ziehen lassen. Hausmittel Nummer 4, Salzwasserlösung. Gegen Halsschmerzen gifft auch das Gurgeln mit Salzwasser, denn dies beruhigt den Hals und tötet Krankheitserreger. Dafür musst du einfach einen halben Teelöffel Salz in einem Glas mit laubarmem Wasser geben und gut verrühren. Mit dieser Spülung gurgelst du nun rund alle drei Stunden und spülst ebenfalls deinen Mund- und Rachenraum aus. Hausmittel Nummer 5, Kartoffelwickel. Kartoffeln helfen äußerlich angewandt bei vielen Schmerzen und können damit auch deine Halsschmerzen lindern. Um Kartoffelwickel herzustellen, musst du zuerst ca. 2-3 Kartoffeln weich kochen. Diese dann auf einem gefalteten Gestürtuch zerdrücken und verteilen. Eingeschlagen in dem Tuch kannst du sie nun auf deinen Hals legen und gegebenenfalls mit einem Schal fixieren. Hausmittel Nummer 6, Wärme über Körnerkissen. Wie bereits gesagt, regt Wärme die Durchblutung an, wodurch mehr Sauerstoff in die Zellen geleitet wird. Viren und zerstörte Zellen, aber auch Schleinen, kann auf diese Weise schneller abtransportiert werden. Um die Wärme von Körnerkissen gegen Halsschmerzen einzusetzen, musst du einfach ein Kirschkernkissen oder Denkelkissen je nach Anwendung erhitzen und um deinen Hals legen. Meistens werden sie dafür in der Mikrowelle oder im Backofen erhitzt. Hausmittel Nummer 7, Kälte über Quarkwickel. Nicht nur Wärme hilft bei Halsschmerzen, sondern auch kühle Quarkwickeln lindern die Schmerzen. Dafür einfach Quark, der gerade aus dem Kühlschrank kommt, auf einen Küchenhandtuch verteilen und einschlagen. Diese Quarkwickel legst du anschließend um deinen Hals und fixierst es bei Bedarf mit einem extra Handtuch oder einem Schal. Kalte Wickel sind bei Halsschmerzen in Kombination mit Fieber besonders ratsam, denn diese senken dein Fieber, indem die Verdunstungskälte die Körpertemperatur ausgleicht. Ein wichtiger Tipp noch zum Schluss, egal für welches dieser Hausmittel du dich entscheidest, sie lindern auf jeden Fall deine Schmerzen. Aber genauso wichtig bei Halsschmerzen ist, dass du ausreichend und genügend trinkst. Denn dadurch werden deine gereizten Schleimhäute befeuchtet, wodurch Schmerzen gelindert und das Kratzen minimiert wird. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.